hat der fett hat es nicht mitgekriegt dass ich hier oben stehe oder was so ich bin auf dem Weg warte mal du hast Gadget bei dir er hat 3 bei dir du hast Deal auch noch bei dir? ja ich lauf wie sonst was ich werde sterben aber ja ich komme so schnell ich kann aber ich kann leider nicht fliegen so bin wieder da jetzt hör doch mal auf mich zu verlangsam du Schlampe so ja jetzt kriege ich wieder diesen geilen Hut auf den Kopf ich hab sie dir da sag ich mal erst mal aufgeholt dankeschön dafür ich muss einmal kurz zurück aufladen ja passt schon ich versuche hier alles ich wusste dass irgendjemand aus dem Jungle kommen wird aber ich wollte halt nicht Ewigkeiten einfach nur rumstehen und warten bis da irgendwie mal was passiert ja das ist immer blöd man kommt sich dann immer so nutzlos vor wenn man nichts macht ne? mega langweilig wenn ich da einfach nur rumstehe ja obwohl kennst du das auch? obwohl es nur Spiele sind bist du in GTA, Assassin's Creed, was auch immer manchmal zu faul so'n Weg zu laufen ja das kenn ich das ist eigentlich richtig geklopft ne? weil du bewegst dich hier gar nicht echt aber da geht halt schon doch drauf dann manchmal ne? in der Zeit könnte man schon wieder nichts machen ja das Level aufstehen so, weg mit dir gut, äh, ich gehe mit dir, ne? ich muss mehr defensiv spielen, weil ich nicht gerade zum Angreifen gebracht bin so, mach das mal mein so'n Feenbizeps an sich ist nicht schlecht, aber der ist so dünn wie ne Nudel der hält nix aus, wenn man das nur so sagen kann oh, hi gut, äh, wo sind die du? sind die jetzt im Ernst alle? die sind alle links, was soll der denn alleine gegen die machen? ich muss dem unbedingt mal helfen aber er wird nicht zusammen so, da haben den Turm weg sind da echt alle, alle fünf? alle, ja und sie haben ihn erledigt, scheiße ich brauche hier unbedingt Hilfe ok, ich komm nein, greif da weiter an ja, greif da weiter an das sind alle ja, aber er könnte da wenigstens den Turm ziehen dann haben die da halt Probleme da greif, oh, ne, falsch da greif an warum ziehst du dich denn auch zurück? ich mach hier was ich kann ich hau erstmal die Minions weg ja, sind gleich da ja, komm weg mit euch gut, aber ich glaube, ne warte, die hauen hier gerade ab, ihr müsst nicht kommen sie sind weg geil lohnt sich nicht mehr erstmal eine Minute lang oder so durch die Gegend gerammt in eure Richtung und dann, ne, nun nicht mehr alle weg dann nehmen wir uns halt hier diese kleinen Waffen mit ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg zur Base ja, dann sehen wir alles klar ich würde sagen Hallöchen Hallöchen, sie kleine Fee ähm, warte mal vier drei eins perfekt also wir sind sogar fast gleichzeitig gut, let's go Victor ist wieder auf der linken Seite den besuche ich jetzt mal wieder und der hat Alter, hätte ein Kehl gemacht Respekt an dieser Stelle und er ist mal nicht in den Turm reingerannt Pass auf, ich bin jetzt so, ähm so ziemlich die Mitte du bist recht, okay ne, ich bin jetzt ziemlich mittig ich komme jetzt, äh, von hinten die Nudeln wir bräuchten ja, ja, wir bräuchten jetzt zwei aber ich glaube, Marvin kämpft lieber ach, danke, äh, einer kommt zu dem Jungle Steel kommt Hallo da ziehe ich sie wieder zurück ja, haha und weg ist er damit hat er nicht gerechnet so, Victor, ne guten Tag also, ich hab das mal versucht äh, da war ich irgendwie so halbbrain afghan, ne ich wurde gejagt ja und hab mich in so ein unsichtbarkeitsfeld reingestellt und ich dachte, ja, da bin ich ja unsichtbar passiert ja nichts und dann kommen die natürlich auch da rein und sehen das dann natürlich, ne und ich stehe da so joo joo still kommt von hinten, still kommt von hinten, alter hau Vorsicht geht es ihnen denn gut? Aua das soll der scheiß nein das gibt es nicht wie oft will der uns noch entkommen aber zumindest muss er sich jetzt zurückziehen okay ja ich muss ja auch noch irgendwo sein weil der turm hat gerade geschossen der schießt so lange bis Prozent scheiße da bin ich zu spät gekommen nein schade den hätte ich gerne noch geholt da tut mir leid ja komm du warst zuerst hast schon ach so ich war das ist der Kollege noch gestorben ist hihihi brauchst du auch egal gut dann gehen wir mal würde ich sagen nach rechts also wenn du da schon hingehst dann brauche ich gar nicht okay dann ähm nee ich weiß nicht wo ich hingehen soll erwartet den Blast ist da ich weiß gar nicht ob sich das lohnt er hat gerade besucht da vom Getschlech so keiner hier keiner hier, keiner da da hier sind wirklich kaum Gegner muss ich sagen wo sind die alle greifen die wieder zusammen machen oder was genau machen die äh Gadget ist in der Mitte er ist gerade in den linken Jungle rein dann gehe ich auch mal nach links naja so Gadget kommt mittig ich bin mittig passt perfekt ah ok ich gehe dann mal nach links oh warte mal wir haben längst schon zwei äh ok dann komm ich mittig ja genau Rick du hast auch hier alter ja zieht euch zurück ich komm ich komm ja ich zieh mich zurück aber Maren musste leider geopfert werden oh oh moin äh nein Achtung Feng Mao ist auch noch dazu gestoßen ja ich hab ihn auch schon gesehen im Jungle Vorsicht rückzug rückzug die kommen alle hier also zumindest zwei wieder meine besten Freunde Feng Mao und Rector hallo 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 habt ihr da einfach ein Tor verloren die richtig warten sind das richtig das Ding ist halt ähm die haben eigentlich ist das nicht schlecht zusammen anzugreifen aber das Ding ist die greifen nicht wirklich an die belagern einfach nur ja die rennen rein sagen hallo merken dass sie sterben das war's so sind sie ich verstehe nicht die Art wie die gespielt werden bei denen die sind wirklich sehr dämlich diese Spiele also dass sie zusammen dann zusammen angreifen aber die belagern einfach nur zusammen ja ich meine ich war da ich war da bestimmt keine Ahnung 15 Minuten lang immer gegen Feng Mao und Rector in der Mitte aber die haben den Turm halt nie wirklich gekriegt keine Ahnung was die da so machen wollen ich verstehe auch die Taktik von denen weißt du einfach nur belagern ich meine das bringt dich ja nicht weiter du musst ja auch irgendwann mal durchstoßen ja so ich bin wieder hier da hast recht wenn ich mehr Schaden machen würde dann wäre ich gefährlicher ja ja das kommt halt noch also die vielen Leute ja ich geh nochmal eben zur Base und guck mal was ich da so einrichten kann also ich kenn das auch wenn ich mit Iggy gespielt hab und dann wenn ich schaden voll aufgebessert hab dann war das so tödlich ja ich hab mich jetzt erstmal um Mana gekümmert das ist doch mal wirklich perfekt eingetellt links sind wieder ein paar wie viele sind das? zwei, drei, zwei ja warte, Rector ist rechts also da geh ich hin hehehehe ein spezieller Freund guck du mal dass du denen da helfen kannst ja Alter die sind hier schon rechts bei uns beim Inhibitor ja hab ich auch gerade das ist nicht gut das ist echt nie Rector was geht aber wir sind links halt auch durch hä ohne Spaß was ist mit unserem Tank los Rector haut einfach mal ab ich verstehs nicht er ist ja auch Tank und spielt gegen Stil auch Tank aber trotzdem hat er äh hat er Stil so wenig Leben abgezogen und ich könnte hier links Hilfe gebrauchen falls sie versuchen sollten hier zu pushen äh verabschiede dich von Rector Och nein mein Freund er musste leider von uns gehen aufgrund eines furchtbaren Todes mein Spaß so äh ich komme gleich rüber zu euch ich muss nur kurz zurück in die Base denn er hat ein bisschen Schaden gemacht aber ich bin froh die sich one on one gegen den Geschaffte ich hab hier Iggy und Feng Mao kannst du mal lassen mein Freund so gut ich bin auf dem Weg da musste er sich zurückziehen da haben wir ihm mal Easy-Halflet geschossen geschossen geschwärtet so muss er es oh du mit deinem Scheiß-Türm okay so ich bin über dir wenn Iggy nicht hier wär 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 fängt Mautot ja sowas regt mich auch immer auf erstmal den Turm hier wegmachen so gut er geht nach rechts wollen wir mal versuchen hier links jetzt durch dass wir dir den Hibito kriegen könnten wir machen aber ich glaube die sammeln sich wieder mit sich der Gadget fängt schon mal an zu laufen also sonst guckst du mal Mitte ich guckte mal dass ich hier links zumindest ein bisschen nach vorne Boxen kann ich mach nur und wenn er nichts ist dann sehen wir uns beim Kern von dem Gegner immer auf die Minions irgendwie tun die Minions sind manchmal schon leid ne die werden einfach vorgeschickt zum Sterben ja die müssen alles einstellen dafür sind sie aber auch Minions ne das ist einfach voll der Massenmord immer das ist Völkermord schon jedes einzelne Match ist Völkermord ja da ja genau Viktor und Fengmau hast du Spaß da oder was das mach ich nicht alleine Alter ich wäre nett wenn du zu mir kommst ja sofort ich geh einmal kurz zurück und dann komm ich ja ich guck der sich sie aufhalten kann einmal schnell auf besser noch noch kurz durch nicht einknicken so die Minions von denen sind kein Problem für mich so ich bin unterwegs also wir gehen mal hier rechts zu die rennen wieder einfach so in den Turm wollen wir attacken? ja da können wir machen alles klar alles klar so dann wurde der echt noch reingezogen fahren wir es auch sehr schön komm hol ihn dir du wirst sterben jawohl ja gut gemacht so soll das doch sein perfekt Alter ich bin gerade zurück hatte mich aufgebessert da hatte ich gerade frisch Punkte gekriegt also wirklich komplett frisch dann die beiden Kills und ich bin wieder direkt hier ein Kartmachtlevel höher ja ich muss jetzt auch was mal zurück zu weg ich habe zwar volles Leben habe ich so ein paar Punkte ausgeben so jetzt gucken wir mal auf meine Rechnung aufgeht ich habe das genauso ausgerechnet der sich alle Karten die ich dabei benutzen kann ja das mache ich mittlerweile auch so weil ich fand das immer so also ich habe immer ein paar mehr mitgenommen eigentlich ist es auch besser weil du nie weißt wie die Gegner spielen entweder wo ich physische Rüstung oder Energie Rüstung oder was weiß ich aber mittlerweile habe ich das einfach mal so dabei ohne große Änderungen ohne große verschiedene Karten sondern einfach genau das was ich nehme und dieses Deck scheint zu funktionieren also mache ich das aber auch aber es ist gut und warte ich glaube Gadget kommt gleich zu dir rüber oder er bleibt da stehen und warte auf uns das kann ich jetzt von hier schlecht sehen weil der mal Maren braucht Hilfe ja okay Mann ja dann würde ich jetzt gerne hingehen ich weiß aber nicht was dann passiert ja ich glaube ich habe Gadget bei dir bei mir gesehen ja ne Moment der andere geht schon hin aber es ist cool dann macht der das oh shit du schnippelwibbel alter Gadget ist bei dir ne ja ich weiß den muss ich folgen hast du schon gesagt das Gadget bei dir ist ja gerade eben ich werde zwar sterben aber ich kann wieder kommen er ist dann natürlich alles klar da bin ich wieder ich komme ne was er kommt er kommt ja nicht so nicht so Achtung fang mau mau ein bisschen mal mau spielen oder was ach du bist jetzt auch da alles klar attack attack him gut ich komme nicht an ihn ran jetzt ich sterbe ich sterbe ich sterbe dich nehme ich mit kümmer dich um fang mau glutsch ihn ich habe zu wenig Leben ich habe 300 ich kann nichts machen ich muss weg ich hätte ihn echt gerne gekriegt aber zu wenig Leben dafür ich werde gleich drauf gehen ich werde gleich drauf gehen scheiße egal das passt schon da habe ich jetzt dumm reagiert aber ärgerlich dass er dich auch noch angezogen hat er hat mich mit seiner scheiß Kette geholt den hole ich gleich sonst zeige ich ihm wo man die Kette noch benutzen kann ich bin jetzt voll aufgebessert gut ich kann auch jetzt die letzte Karte benutzen ich guck so lange bei dir zu mal ein bisschen durch die Gegend springen wenn du kannst schnapp dir gleich Victor aber ich verstehe gar nicht warum unser Tank nichts auswirkt ich glaube er ist falsch er geht halt immer alleine in die Kämpfe rein weiß man nicht was er sich davon erhofft aber okay keine Ahnung meine 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 Kuh meine Kuh Alter meine Gang schnapp dir Victor schnapp dir Victor greif mich in meinen eigenen Turm an du Sack ey so Victor du Noob so Victor du Noob Alter nicht sein schade wie schlecht kann man den sein oh man den würde ich so gerne kriegen hier komm her komm her ich will dich haben dann da rennt der einfach mal in den Turm und was macht der? er stirbt so perfekt ich bin jetzt voll geskillt das bedeutet es gibt ordentlich auf die Fresse für die Gegner Verfolgungsjagd durch den Jungle hier gerade ja ich guck grad auf dem Minimap zu sieht sehr lustig aus nein oder benutzer sein komm her dann chill ja womit er halt abhauen können scheiße den hätt ich zu gerne gehabt die holen wir uns noch mach dir doch mal keinen Sorgen ich mach 210 damage pro Treffer und schlag übel schnell zu oh ja so geht es mir auch bis auf das schnell ich bin ein bisschen langsamer hier ich geh mal rüber oder wär das schlau wenn ich zum rüber geh komm mal bitte her ich hab hier Stil ja wenn du ihn zu mir lockst dann kann ich dir helfen ich will nicht zu weit gehen sonst warten die da gleich wieder alle ja verfolgt mich auch gerade wir sind hier zu zweit also wir könnten dir helfen na jetzt haut er wieder ab ich hätte ihn vorher im Kampf verwickelt Moment mal warum leh ich überhaupt den sammler ich bin wir haben da wir haben da gadget der einfach bei uns rumsteht ja bock boah ne längst keine Chance da ist Iggy den inhibitor kriegen wir gerade nicht und da kommt der noch abhauen ja der konnte ja noch abhauen das ist nicht wahr Stirb, 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 jawohl. Das war nice. Das war richtig gut. Ohne Spaß, unser Murdoch verteilt so übelst viel Damage, ne? Ich hab gerade mit ihm zusammen Rector und Steel getötet. Cool. Ich muss aber einmal zurückkommen. Ich komme mal zu euch. Er hat ihn noch, ne Moment, er hat Maren getötet. Ja. Lol. Der andere hat ja nur noch ein Leben, wie hat er das denn geschlossen? Na ja. So, ach nee, ich brauche ja gar keine Punkte mehr. Wo bist denn du, Gluckschi? Ich war gerade zurück und ich gehe jetzt mal links hin. Wenn ihr in der Mitte ein bisschen struttelt, dann mache ich mal die Linke. Einmal wir haben hier Iggy und Scorch. Iggy und ein Scorch? Hä? Ist der schon wieder bei dir? Die gehen hier lang, okay. Ja, komm mal hinterher. Einmal durchsetzen hier bitte. Ach nöööööö. Nicht schon wieder Iggy. ist der schon wieder bei dir ja wieder auf den linken da kann ich dann halt nichts machen naja komm hier kannst du dir von mir aus gerne behalten ich bräuchte immer hilfe gadget kommt gerade mittig ich weiß nicht Mörderküpfung Hallo in der Mitte sind gerade Rektor und war hinter den längst gerannt wir haben mich nicht gesehen oh shit du bist mitte oh Steel ist hinter mir ja ich renne schon ich renne kein Problem die kriegen mich hoch da ist die auch ich würde da nur erstmal weg gehen weil ich glaube die wollen uns dann von hinten die greifen mittig an wir müssen da verteidigen kommen ich renne so schnell ich bin so schnell wie ich kann gleich vor ort und versuch da alles was geht jetzt haben sie den auch schon ja komm her jetzt hat der Typ mir den Kill geklaut wie gerne ich ihm einfach mal nicht geholfen hätte war zwar ein bisschen abgesnackt der Kill muss ich sagen aber ist mir gerade relativ egal ja man will ja im Team spielen aber dass sie dann die Kills klauen ich habe 6 Assists ne ich mein du hast das letzte mal 23 ne ich habe jetzt auch wieder 6 Assists das ist aber ist mir eigentlich momentan relativ egal Hauptsache wir gewinnen das Ding hier du gehörst mir Lass mir den mit dir Lass mir den mit dir na das kam zu spät tut mir leid kein Problem ich bin epic alter das erste mal dass ich epic bin mit äh du bist jetzt epic glubschi oh ja so ich habe jetzt 7 Assists einfach mal so äh okay wer hat den Ohr alles klar das ist richtig schlecht ja ich war ganz überlegen wo müssen wir müssen betöten aber diesmal im Gedi ja Iggy baut hier aber schon seine Türme auf da kommen wir nicht durch ja ich gehe mal mit dann zeige ich ihm mal meine da kommen wir nicht durch das Ganze vergessen wir versuchen es einfach mal bis zu auch vor Ort ich bin auch vorne hier bei Marvin ja ja er haupt sich schon mit dem ja er kam einfach auf uns rauf dann dachte ich mir mach das einfach mal komm wir müssen uns da durchschlagen komm er ist durch, er ist durch Deliveren jawohl jetzt gibt's auf die Fresse oh hier ist noch ein Turm ja hoppala habe ich überhaupt nicht gekriegt ja ich konnte ja wiederkommen also alles gut absolut kein Ding so der ist auch weg jetzt hat er mir schon wieder den Kill geklaut dieser Pisser oh 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 nein 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 bitte den nicht what the fuck du trinkst jetzt so gut ja ich fand der passt heute oh da steht ihr danke das bedeutet mir sehr viel so ich geh mal jetzt nach links und guck mal ob ich da irgendwie was machen kann ne warte mal Mitte da sind unsere Minions nämlich schon weit vorne ja Alter die klauen mir alle die Kills ey das gibt's doch nicht ja sorry ich find das grad nicht lustig das ist echt scheiße Moment wie viele hast du? 12 ja warte mal bis du 9 mehr hast die Gegner haben aufgegeben alles klar ey das ist unbefriedigend das will ich nicht was war das denn bitte für ne Runde hier also manchmal find ich das echt unbefriedigend ne wenn die Gegner aufgeben also den hätt ich jetzt gerne den ja das war jetzt also naja selbst schuld wenn die so scheiße spielen ne wirklich da haben wir einfach mal 12 Leute den Kill geklaut finde ich sehr schön und auf jeden Fall war es das von diesem Video das war es auch mit dem Heldentest zu Faye und da lasst gerne eure Meinung dazu da ich finde ihn ganz gut man muss ein bisschen defensiver damit spielen mehr supporten aber man kann wirklich was damit machen hätten mir nicht so viele Leute den Kill geklaut hätte ich auch wahrscheinlich mindestens 10 Kills aber darauf kommt es sich an hat auf jeden Fall Spaß gemacht lasst gerne eure Meinung dazu da haut rein bis zum nächsten Mal und ciao tschüss